Schöne Grüße mitten im Sommer hier aus dem Haus Wittgenstein. Das Bibelsimner Bonn ist im Moment in der Vorbereitung auf das neue Studienjahr. Wir sind gespannt, wer sich hier alles noch bewerben wird. Die Leute, die sich schon beworben haben, die bringen eine Menge Potenzial mit und wir freuen uns mit ihnen zusammen Gottes Wort zu studieren. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann würden wir dich einladen. Entscheide dich für ein Bibelstudium hier am Bibelsimner Bonn. Ich habe noch zwei Gebetsanliegen. Das eine ist, bete mit uns zusammen für die neuen Studenten. Und wenn du magst, bewirb dich auch noch. Und das zweite Gebetsanliegen ist, bitte bete für die Vorbereitung auf das neue Studienjahr. Und nun wünsche ich euch auch noch viel Spaß beim Lesen unseres Rundbriefs und die Informationen, die wir für euch bereit hatten. uns strahiga. Bis mal werben. Tag. 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 Vielen Dank.